des Sonnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sankt Andreas' Nouvenen-Gebet. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an. Und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre mich und meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und seine heiligste Mutter. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gegrüßet und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem in der Eiseskelte geboren wurde. In dieser Stunde flehe ich dich an und bitte dich, erhöre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Anliegen. Durch Jesus Christus und seine heiligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind erlebe. Uns allen deinen Segen gib. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020